Herzlich Willkommen hier bei also Klagemauer TV Lützebursch. Die Damen an die Herren der 14. Nabel 2014 hat den deutschen Fernseher an der Tagesschau zuhören vom neuen CIPRI-Bericht über die Rüstungs-Deponsen von verschiedenen Ländern abgedeilt. CIPRI steht für das schwedische Zentrum, das Stockholm International Peace Research Institute. An diesem Zentrum geht Forschung gemacht über die Konflikte an der Frieden. Wenn ihn nur guckt, wie die Tagesschau diesen Bericht von der CIPRI analysiert wird, dann geht ehemal mehr deutlich, weil uns westliche Medien keine Gelegenheit auslösen für unbeleifte Länder wie zum Beispiel am Moment Russland als eine Bedrohung durchzustellen. Den Terror von dieser Tagesschau-Mattdeilung wird so geklungen. Russland und nach einer Länder wie zum Beispiel Saudi-Arabien heissen hier Rüstungsausgaben, während der Westen sie reduziert. Aber guckt ihn sich das Zeilen ein bisschen mehr an, das heißt, das in seinem Gesamtzusammenhang betrifft, da kann ihn auch muss ihn das Zeilen auch noch ganz anders interpretieren. Und zwar, das Land wird mit Aufstand, der nächste Rüstungsausgabe verweist, eng zusammen von 640 Milliarden Dollar, laut diesem Bericht, das einmal wie danach soll er sein. An das trotz der grossen, massiven Staatsschulden, die eigentlich tropiv weisen, dass gross Spurmaßnahmen bei ihnen notwendig wären. Russland dagegen, was den Schulden deutlich aufgebaut wird, hat nur der Schätzung vom Institut 87,8 Milliarden am Jahr 2013 ergesagt, was nämlich 13,1 Prozent von den Rüstungsausgaben von den USA ausmischt. Trotz diesem grossen Unterschied, und trotz der Tatsache, dass Zeilen von China und Russland nehmt eine Schätzung sind, geht Tagesschau für ein allematt Roll von diesen zwei Ländern an und betont, dass Russland durch Modernisierung von seiner Armee eine Voraussetzung schärft für ein mehr aggressiv Außerpolitik. Mit der USA, die allein mehr wie ein Drittel von den gesamten weltweiten Rüstungsausgaben aufweist, die seit Jahren eine extrem aggressiv Außerpolitik betreift, ob der USA geht Tagesschau so gut wie gut nicht an. So die Damen und Herren, wird durch e-seitische Analysen ein Feindesbild gemalt, an das für ihre Tatsache erwächt zu täuschen, dass vor allem der Westen die aktuelle Konfrontation mit Russland europäisch wohnen wird. Für eure mündlichen Zuschauer ist es unbedingt wichtig, zu all Bericht, der vom Mainstream kommt, auch Gegenstimmen zu kriegen. Dafür spricht von diesem Sender, und geht weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Eddie